Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Darmstadt. Ich begrüße die beiden Trainer Thorsten Lieberknecht und Michael Schiele bei mir auf dem Podium, sowie unsere Gäste in den Business-Bereichen. Thorsten, Glückwunsch an dich und deine Mannschaft zum 1-0-Erfolg und dann darf ich dich direkt um deine Einschätzung zum Spiel bitten. Ja, danke erstmal für die Einleitung. Hallo zusammen. Ich glaube, wir haben in der ersten Halbzeit ein Spiel gesehen, wo beide Mannschaften sich taktisch gut aufeinander vorbereitet haben. Insgesamt war bei uns eben so die Tatsache, dass wir wenig Präzision hatten und uns fast gekillt haben mit vielen Ballverlusten im Zentrum. Ja, haben wir eben in der Halbzeit dann gesagt, jetzt müssen wir schleunigst ändern, sonst kriegen wir ein Problem hier. Und wir haben dann in der zweiten Halbzeit versucht eben viel schneller auch ein paar Tempowechsel reinzubekommen, um mit Ball die Tiefe mehr zu suchen, um da ein bisschen die Schnelligkeit eben halt auch mit auszuspielen in der vordersten Reihe. Und da sind wir natürlich gut gestartet in die zweite Halbzeit, haben viele Möglichkeiten gehabt. Und dann die größte durch die Elfmeter von Philipp Tietz. Wenn man Jassi lange Jahre trainiert hat, dann hat man ein mulmiges Gefühl draußen, weil man eben um die Killer-Qualitäten vom Jassi eben kennt. Und naja, er hat dann wieder bewiesen, dass er ein wahnsinniger Elfmeter-Killer ist und hat das Ding gehalten. Aber wir sind beharrlich geblieben, sind dran geblieben und hatten dann diesen entscheidenden Moment, wo wir eben auch da wieder über Schnelligkeiten, die Tiefe mit einem super Pass von Marvin Mehlem, das 1-0 schießen. Und ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit ein verdienter Sieg unserer Seite, aber eben ein schwer bespielbarer, weil er sich in der ersten Halbzeit sehr schwer angefühlt hatte, dieses Spiel. Und dementsprechend sind wir froh, dass wir diese drei Punkte geholt haben. Und ich wünsche natürlich der Eintracht, dem Micha, für die nächsten Spiele auch dieses Quäntchen-Glück, was du auch brauchst, was die Eintracht in den Spielen zuvor, vor allem in den Punktspielen, nicht hatte, wo sie fantastisch gespielt haben, insbesondere hier gegen den HSV, dass das auf die Seite fällt. Und dann kommen die ersten Punkte mit Sicherheit. Also dafür erstmal alles, alles Gute. Vielen Dank, Thorsten. Michael, deine Einschätzung bitte. Ja, auch hallo von mir in die Runde. Thorsten, Glückwunsch zum Sieg und SVT am Strand. Ja, ich glaube, da gibt es in der ersten Halbzeit nicht viel zuzufügen. Diese Ballgewinne, was wir mal hatten, die hätten wir dann auch besser, kontrollierter ausspielen sollen. Wir hatten dann wieder zu schnelle Ballverluste, trotzdem sollen wir ein-, zweimal durchkommen, glaube ich, über die rechte Seite, aber so ein Pingpong mit Verrei, wo dann zum Schluss noch dran war, wo es, glaube ich, auch dann Foul gibt oder gegen uns. Und in der zweiten Halbzeit ist dann schon das Ganze offen geworden. Ja, der Gegner hat dann schneller gespielt vielleicht. Wir haben auch was umgestellt dann, weil wir die Tiefenläufe dann auch besser aufnehmen wollten, weil es uns in der ersten Halbzeit schon auch nicht so wehgetan hat. Da haben wir es mit der Viererkette noch besser hinbekommen. Dann haben wir es auch in der Fünferkette auch auffangen können. Aber na, so die Präzision hat nach vorne bei uns auf jeden Fall gefehlt. Wir hatten mal den einen Moment vielleicht oder zwei Momente, aber Präzision hat gefehlt. Trotzdem hast du dann auch das Glück mit dem Elfmeter, den der Jassi sehr gut hält, natürlich dann auch so zwei Alu-Treffer, wo wir dann wieder nach vorne spielen, aber nicht so gallig sind auf den Ball oder den Ball dann auch verlieren, und wo der Abwehrspieler dann den Ballgewinn mehr möchte wie wir. Und dann fliegt er genau da bei Mälem runter und dann, wenn er einen freien Fuß hat, wenn er Zeit hat, dann spielt er natürlich in die Tiefe. Das kann er auch, der Jassi. Ich habe schon gehofft, dass er den nochmal vielleicht dann auch im 1 gegen 1 irgendwie eliminiert, aber das hat es nicht sollen sein. Aber trotzdem nach dem Glück dann aufgrund der zwei Alu-Treffer musste er dann auch mal den 0-0 mitnehmen. Wäre für uns heute super gewesen. Wir wollten nicht so viele Chancen zulassen, wollten auch einen Punkt, wir wollten punkten, haben wir leider dann über die 90 Minuten nicht geschafft. Und das ist das, was wir für die Zukunft auch mitnehmen müssen, dass wir 90 Minuten lang konzentriert, gallig, und ja, unser Spiel dann auch noch besser durchspielen. Euch alles Gute. Vielen Dank, Thorsten. Ciao, ciao. Vielen Dank, Michael. Gibt es Fragen an die beiden Trainer, bitte ich um ein kurzes Handzeichen. Und der Kollege kommt mit dem Mikrofon. Da hinten, das wird eine Meldung, genau. Ja. Sagen Sie einmal Namen und Medium vorne weg, bitte. Genau. Erik Hartmanns, mein Name, vom Darmstädter Echo. Hallo, lieber Kniech. Erstmal Glückwunsch zum Sieg. Sie haben in der ersten Halbzeit auch ein bisschen unzufrieden gewirkt an der Seitenlinie. Was haben Sie Ihrem Team noch mal explizit in der zweiten oder in der Halbzeitpause mit auf den Weg gegeben, dass dann ja eben das Spiel deutlich besser gelaufen ist? Und das, was ich ja gesagt habe, eben, dass wir eben mehr und schneller die Tiefe suchen, dass wir den Flügel besser bespielen, dass wir die Bälle nicht ins Zentrum spielen dürfen, um dort Ballverluste zu haben, dass wir da teilweise mit unseren Sechsern, weil wir uns was vorgenommen hatten, dann zu offen standen und haben trotzdem da ins Zentrum reingespielt und haben die Bälle verloren. Und trotzdem haben wir auch den Hinweis darauf, dass wir, wenn wir das machen, und das haben wir ja auch gezeigt, dann kommen wir torgefährlich vor das Tor. Und da einfach in der Halbzeit noch mal drüber gesprochen, dass wir vor allen Dingen auch mit mehr Tempo einfach auch spielen müssen. Auch den Ball, dass wir den schneller laufen lassen. Und das haben sie dann direkt halt, sie kriegen ja direkt ein Gefühl, wenn sie rausgehen. Und das erste Gefühl waren eben halt zwei, drei Torchancen. Wir haben auch so angefangen in der ersten Halbzeit, auch mit zwei, drei Abschlüssen. Aber dann konnten wir es nicht halten. Und in der zweiten Halbzeit konnten wir es dann definitiv halten. Das war dann ein guter Auftritt, eben halt auch der Einwechselspieler, die mit dazu beigetragen haben, eben, dass die Qualität, die wir ausgewechselt haben, gleichwertig ersetzt worden ist mit Magnus und mit Oskar vor allen Dingen. Dann hatten wir da, ja, gleich nochmal eine Nachfrage, bitte schön. Eine Nachfrage hätte ich noch, genau. Dürfen die Jungs aus der Startelf das in gewisser Weise auch als Vertrauensbeweis ihrerseits verstehen, dass sie zur Pause nicht gewechselt haben? Oder gab es da jetzt andere taktische Gründe dafür? Ich habe jetzt keinen Grund gesehen, zu wechseln. Mir war nur wichtig, dass wir taktisch eben ein paar Dinge nochmal besprechen und dann die Möglichkeit, dass sie es besser machen können. Das haben sie ja dann gezeigt. Also ich glaube, es war okay, nicht zu wechseln und einfach Sicherheit und Selbstvertrauen zu geben. Weil nochmal, wenn Braden lossprintet vorne, ist es für jede Mannschaft schwer. Nur die Art und Weise, wie wir dort eben ihn ins Spiel bringen, das haben wir in der ersten Halbzeit nicht gut gemacht. Und er hat sich auch da in einer Situation nicht perfekt verhalten. Aber es ist auch für den jetzt, für Philipp und für Braden auch so Momente, die kommen hier auch in ihr Stadion rein, Ex-Klub. Ich kann mir vorstellen, dass in der Woche schon sehr, sehr viele Situationen es gab, wo sie Dinge, Nachrichten beantworten mussten. Das müssen sie lernen, dass es eben hier ein Job ist, den sie erledigen müssen und dass man eben äußere Einflüsse vielleicht mal wegstecken muss bei solchen Spielen. Dann gab es hinten an der Kameraplattform noch eine Frage. Michael Maxen von FFH, hallo Thorsten. Du hattest unter der Woche schon mal gesagt, dass du viel Fantasie bei Oskar Wilhelmsson hast. Kannst du nochmal was über ihn und sein Tor sagen? Weil das war ja schon sehr cool, wie er den verwandelt hat, paar Minuten vor Schluss und den da eiskalt drüber lupft. Wie hast du das gesehen? Na ja, erstmal die Vorbereitung, das, was Michael auch gesagt hat. Wir haben hinten den Ball gewinnt, wir spielen ein, zwei schnelle Pässe auf Marvin und Marvin hat dann die Qualität, eben diese Tiefe zu sehen und zu bespielen. Nicht immer, aber heute hat er sie tatsächlich gehabt. Und Oskar hat in der Woche im Training eine ähnliche Situation gehabt, wo er den Abschluss ähnlich gesetzt hatte. Von daher bin ich froh, dass er so die Entscheidung getroffen hat, weil auch da der Yassi mit Sicherheit im Eins gegen Eins einer der besten Torhüter ist und der hat eben den Weg gewählt und hat Reife gezeigt. Und er ist kein typisch 18-jähriger Stürmer. Das ist ein Auf- und neben dem Platz der Reifere 18-Jährige, wie der halt auch aussieht. Dann schaue ich nochmal in die Runde, da gibt es weitere Fragen. Das scheint nicht mehr der Fall zu sein. Dann vielen Dank, euch eine gute Heimreise, kommt sicher nach Hause und allen einen schönen Sonntag.